Also jetzt nochmal als kleine Zusammenfassung, weil ich nehme jetzt auch das Video auf. Mir wurde gesagt von einigen Managements, dass ich bei den Videos nach 15 Sekunden immer Pause drücken sollte, dann werden die Videos nicht automatisch gesperrt und die werden im Nachhinein dann auch nicht gesperrt oder so. Weil bei BHZ, ich habe zu Nelly das hochgeladen, es war gesperrt, ich habe es dem Management geschickt und es ist bis jetzt nicht entsperrt, obwohl die gesagt haben, dass sie kein Problem damit haben. Das heißt, es funktioniert einfach mal wieder nicht. Wir werden mal gucken, ob das funktioniert mit dem Pausieren oder sonst was. Und ja, ich bin gespannt. Und BHZ Muddy heißt das Ganze, produced von Thamba und Moti B. Text ist natürlich von denen. Alter, Big Pet, freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, Big Pet war das mit der krassen Stimme, oder? Ja, ich glaube schon. Longus Mongus, ach Gott, ich finde die lustig, die Jungs. Guck mal, sind das jetzt schon 15 Sekunden? Es ist dumm. Ich habe keine Lust einfach zu pausieren, weil es sonst gesperrt wird. Das ist so... Soll ich jetzt immer noch 15 Sekunden Pause drücken und sagen, hey, geile Pets? Geiler Vibe. Wow. Hat so ein bisschen Feeling von, äh, äh, Summertime von Will Smith irgendwie. So diese Leichtigkeit. Jetzt nicht unbedingt von einer Melodie oder von weiß ich nicht was, aber so diese Leichtigkeit. Wisst ihr, was ich meine? Ein bisschen Summer, Summer, Summertime. Ich bin im Paradies mit Brüdern draußen, wenn ich sieh, ah, ja, mal die Sicht, alle Hacke dicht, Monogramme auf der Tasche, Nanki auf den Keks. Ist das so, ich wüsste mal gerne von euch, ob, ähm, ist das so diese neue, wie soll ich sagen, diese neue, diese neue, äh, neue, neue Welle aus Berlin? Nein, Pilz, ich meine nicht Ähnlichkeiten mit Will Smith oder mit dem Sound, sondern diese Leichtigkeit. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Diese Leichtigkeit da drin. Ist ja auch egal. Das war einfach nur in meinem Kopf. Ja, ist das die neue Welle so, ne? BHZ, Pasha Nim und so weiter. Das ist Big Pat, ne? Ich mag die Stimme, Alter. Was hat der mit Sonnenbrand gesagt? Ich mag die Stimme von dem, ne? Ich weiß nicht, ich mag die Stimme. Achso, wird rot. Hat der sein Bart blond gefärbt? Kann man sich gönnen, ne? Was, ich soll mir auch so ne Frisur machen? Ja klar, ich hol mir so ne Perücke. Hey, ich will aussehen mit der Kuh im Paradies. Ey, egal ob Malibu, Beach oder Argentinien. Was mich ein bisschen stört bei ihm ist dieses übertrieben Abgehackte. Dieses Dö, 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 Dö. Also ich finde, ne? Es könnte so ein bisschen chilliger mit dieser krassen Stimme sein. So, aber sonst mag ich, also seine Stimme selber mag ich übertrieben. Mal die Sicht, alle Hacke dicht. Monogramme auf der Tasche, Nike auf den Keks. Sommernacht in meiner Stadt, nehm sie auf Roller mit. Bin im Paradies mit Brüdern draußen, wenn ich chill. Mal die Sicht, alle Hacke dicht. Monogramme auf der Tasche, Nike auf den Keks. Sommernacht in meiner Stadt, nehm sie auf Roller mit. Bin im Paradies mit Brüdern draußen, wenn ich chill. Sie nennt mich Honey, denn ich habe einen Tee. Bringt mir Frühstück. Mh, ist das Longus Mongus? Bester Name im Rap-Game, ohne Scheiß. Sie kippt mir Rum in den Kaffee. Ein Bruder poppt ne Droge monogramm. Habt ihr die Adlips gehört? Habt ihr die Adlips gehört? Hört mal ganz kurz die Adlips. Nenn mich Honey, denn ich habe einen Tee. Bringt mir Frühstück an mein Bett. Sie kippt mir Rum in den Kaffee. Ein Bruder poppt ne Droge monogramm auf einer E. Mama sieht mich nur noch lech, doch sie weiß, ich gehe meinen Weg. Aber ich mach heute ruhig. Trink ein Kasten auf G-Chill. Schreibe Nachrichten in der Group. Es gibt immer wen, der hilft. Aggressives Hängen mit den Brutis. Ich bin raus. Aggressives Hängen? Habe ich auch noch nicht so gehört. Aggressives Hängen. Alter. Okay. Ich noch ne Woche weiter, ja dann wach ich nicht mehr auf. Uh, uh. Tibet brennt, Ort von KDK. Ein Auge nur noch offen. Bredder machen mich zu nem Pirat. Liebe an die Brüder, es ist immer einer da. Kenn kein Wochenende saufen, denn ich saufe jeden Tag. Ich kenn kein Wochenende saufen, denn ich saufe jeden Tag. Hey. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag die Jungs. Ich find, die machen so ein, die machen diesen, diesen leichten Rap, den man so aus Spaß macht. Wisst ihr? Nicht dieses erzwungene Flexen und sonst was. So, so, ne? Sondern das ist einfach ne Gruppe, die haben Spaß, die hängen miteinander. Aggressives Hängen, ne? Und, äh, und haben irgendwie, ich, ich fühl das einfach. Weil die, die setzen nix auf, wisst ihr? Die tun nicht so, als wären sie jetzt, weiß ich nicht wie reich und haben ihre, ihre dicke Kette. Und sonst was. Sondern die rappen halt über das, was sie machen und was sie, was sie, was sie da tun. Und wie sie miteinander reden und was sie, ne? Finde ich, finde ich sympathisch. Was, was, was? Eins, das sind keine 1,5 Meter Abstand. Die haben sich bestimmt alle vorher testen lassen und danach so einen Zettel ausgefüllt, wisst ihr? Mit Adresse und so. 100 Punkten. Ich finde auch im Beat hört man genau das, worüber ich halt geredet habe, dieses Leichte, dieses, dieses Entspannte, ne? Die Drums knallen nicht übertrieben rein. Die sind halt da, die sind halt da für den Rhythmus, für die Dynamik und so. Aber nicht so, dass die irgendwie im Vordergrund stehen, sondern ich finde diese einzelne, diese einzelne Plug, oder weiß ich nicht, was das ist, oder vielleicht auch eine Glocke oder keine Ahnung, mit ganz viel Hall, ist so super entspannt und steht irgendwie mehr im Vordergrund als so Drums und so. Finde ich, finde ich angenehm. Jetzt wird das Ganze noch rückwärts abgespielt. Geile Location. Sehr geile Location, Alter. Wie er ihn einfach verarscht, super sympathisch. Aktuelle und offizielle Blog zum Videodill von 1 und 2 Boys. Ich fühle mich jetzt gerade sehr entspannt nach dem Song. Ich fühle mich sehr entspannt. Ich bin kein aktiver Kiffer, aber so eine Musik würde ich mir dann doch gerne mal mit dem ein oder anderen Zug reinziehen. Ahem. 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 Ahem.